Oh, da ist ein bisschen auf dem Weg liegt. Dahle! Das ist ja nicht so schlimm, wie einfach ein bisschen runterfahren. Noch einmal muss man ja gucken können. Na? Was gibt das hier neben? Nein, jetzt weiß ich auch warum, weil er seines verkommen ist. Da haben sie extra abgesperrt. Ah na, Galloway ist nicht weiter. Jetzt links abbiegen. Ja. Können wir da noch weiter? Das war noch ein Stück weiter. Das ist mein Ende weiter. Ja. Jetzt links abbiegen. Das ist mir schon klar. Ja. Kann man das nämlich auch machen. Ja, hier nochmal gucken. Ja. Dann lass uns mal hier links. Okay. Ah, das ist einfach so schön. Ja. In 300 Metern rechts abbiegen. In den Hanslauferweg. sehr schön gegend. Jetzt sind wir dabei. In den Hanseln. In den Hanseln. Jetzt leicht abbiegen. Ich schreibe noch mal kurz in der Zeit des Links. Und tschüss.